Ja, herzlich willkommen zum vierten Teil, wenn ich mich nicht täusche, der Wie spiele ich Warlord-Reihe? Heute mit, wie versprochen, wie baue ich mein Deck? Und wie ihr seht, habe ich hier die, ein bisschen hell hier, warte mal, so ich glaube das ist ein bisschen besser, naja, halbwegs, egal. Äh, habe ich hier vier Kartentypen an der Seite aufgelegt, wie ihr seht, einmal fangen wir von links nach rechts an, wir haben links die Bear Soul, das ist eine Action, das heißt Action sind Aktionskarten, die ein Charakter, wenn er das für benötigte Level hat oder drüber ist, spielen kann. Ähm, dann haben wir Ausrüstungsgegenstände, die ein Charakter equippen kann, wenn er das nötige Level plus Rang besitzt, dann haben wir Charaktere, die er spielen kann, wenn er Platz im passenden Rang hat, und dann gibt es tatsächlich eine sehr seltene Karte, die nicht so häufig gespielt wird, aber es kommt zwischendurch vor, das ist der Dungeon. Der Dungeon ist sowas wie ein Feldeffekt, würde ich ihn nennen, der gilt für beide Seiten. Ähm, in dem Fall hier zum Beispiel haben wir die Bastion of Berkson, ähm, die sagt, es ist immer der erste, also es ist immer die erste Runde. Egal, ob ihr jetzt in der dritten oder vierten oder fünften Seite seid, solange dieses Ding liegt, ist für beide Seiten immer noch die erste Runde. Das ist interessant für Charaktere, die eine, kommen sie erste Runde, einen Spieleffekt haben. So, die Standardregel besagt jetzt folgendes. Euer Deck muss mindestens 50 Karten haben. Und kein, keiner der vier Teile, die ihr hier seht, also Action, Ausrüstungsgegenstände, Charakter oder Dungeon, darf 50% überschreiten. Das heißt, meistens ist es so, dass ein Deck aus 25 Charaktere besteht. Zur Info, die sechs Starting-Charaktere zählen dazu. Das heißt, also meist hat man sechs Leute in der Starting, drei im ersten, zwei im zweiten der Warlord. Und dann hat man halt noch, genau, 19 Charaktere nachträglich. Da muss ich kurz regnen. Ähm, meistens, also ist dann so ein Deck mit 44 Karten, liegt dann dabei der Seite, weil man das hat. Ähm, jetzt gibt es aber auch andere Möglichkeiten, das zu spielen. So ein Standard-Deck, wie gesagt, 25 Charaktere. Und die letzten 25 Karten bestehen dann aus einem Mix aus Action und Items und seltenmalen Dungeon. Das ist das Prinzip dahinter. Euer Deck kann auch mehr als 50 Karten fassen. Das ist vollkommen legitim. 50 ist das Minimum. Wenn ihr zum Beispiel beschließt, dass euer Deck zum Beispiel aus 52 oder 54 bestehen soll, das ist vollkommen legitim. Ich habe auch Leute schon sogar mit 80 oder 100 Karten Deck gesehen. Aber es gibt da jetzt verschiedene Sachen, auf die man achten muss. Und zwar, ach guck mal, da wollte ich noch ein Cheat vorbereiten. Ähm, aber das kann ich gleich einfach mal anderweitig aufrufen. Und zwar mache ich jetzt hier gleich einfach, ich habe hier nebenbei nämlich das Fenster auf mit dem Accord Lens. Da suche ich mir jetzt einfach mal, ähm, die zwei Sachen raus, die in dem Fall tatsächlich zutreffen. Und zwar wäre das eine Unique und das andere wäre Epic. So, zum Beispiel, ähm, gehen wir mal gerade auf meinen Walnut-Cheat. Da. Da haben wir Abruz. Abruz ist ein Level 5 Nostock Barbarian. Der ist Unique. Das heißt, der ist einzigartig. Der darf dreimal im Deck sein, aber im Spiel nur einmal vorhanden. Heißt also, ihr könnt dann ruhig dreimal in den Deck reinbauen, aber liegt der einmal auf dem Feld, darf er kein weiteres Mal gespielt werden. Und dann gibt es noch Epic. Äh, ich suche mal gerade nach Hero. Das ist meistens, mhm, meistens einfacher, wenn ich schnell nach einem Hero suche. Denn Heroes sind immer Epic. Hier kann man das sehen. Dwarf, Barbarian, hier fehlt näher, Barbarian. Und S-Hero. Ne, ist nicht Epic. Oh, der ist hier Unique. Okay. Ich sehe, normalerweise sind die Epic. Genau, hier haben wir ja ein Epic. War etwas verwirrt. Ähm, Golgrim. Hier sieht man das Epic. Epic bedeutet, ihr dürft es nur einmal im Deck haben. Ne, ihr dürft es nicht dreimal im Deck haben, sondern auch nur einmal im Deck. Das ist der große Unterschied, dass das so geht. Das gibt es nämlich bei Charakteren. Da gibt es gewisse Limiter, wo man sagt so, ey, pass mal auf. Äh, kann ich auch Epic hier wählen? D, D, tatsächlich Epic. Hier kann man mal sehen. Ja, Fighter und Level 5 sollte ich vielleicht mal gerade rausnehmen. So. Oh, es gibt auch Items. Entschuldigung, es gibt auch Items, die Epic sind. Habe ich tatsächlich vergessen. Genauso wie tatsächlich einige wenige Action-Karten. Also, das muss man tatsächlich berücksichtigen. Es gibt das tatsächlich auch bei Items. Actions. Auch. Upsi. Lord of Berkston. Gerade die Karte. Hahaha. Warum ich jetzt lachen muss? Weil ich mich gerne als Lord of Berkston schimpfe. Weil ich, ähm, Kron mein Warlord ist und er der Herrscher bei Berkston ist. Aber das sollte man halt wissen, dass einige Action-Items oder Charaktere Epic sein können, ne? Ähm, Unique, glaube ich, gibt es. Doch, gibt es auch. Bei Items bin ich mir sehr sicher. Bei Actions bin ich jetzt tatsächlich nicht so sicher. Lass mal schauen. Charaktere auf jeden Fall. Äh, machen wir es einfach mal schneller. Gehen wir mal gerade auf. Gibt es Unique-Actions? Oh. Gibt es. Ja. Ah, weil man sie attachen kann. Okay. Wenn sie attached ist, ist sie Unique und kann nur einmal auf dem Field sein. Oh, was ist das denn? Antainas Fall. Ist das Charaktere in der Army her für Cleric-Action? Ja, okay. Die habe ich noch nie jemanden spielen sehen. Krass. Ähm. Das gibt es halt auch. Das sollte man zumindest einmal wissen. So. Und wenn wir hier schon gerade lustig im Accordland sind, dann gehen wir mal gerade hier drauf ein. Ich habe Untap schon geöffnet. Und wir bauen uns jetzt einfach mal ein Deck. Denn, wie schon gesagt, das Standard-Deck besteht halt aus 50 Karten. Und 25 Charaktere sind es ungefähr und dann 25 Action-Items-Dungeons. Man kann jetzt aber auch das komplett anders gestalten. Ich nehme jetzt mal wirklich das Einfachste vom Einfachsten. Einfach, weil ich nicht weiß, ähm, ob jeder das, äh, mitbekommt. Da nehmen wir jetzt mal einen ganz einfachen Warlord. Das ist in dem Fall Artec. Artec sagt Order, ich gehe einen Rang nach vorne. Das heißt, der Junge ist sozusagen prädestiniert für einen Six-Man. Six-Man heißt eigentlich fast nur die Starting. Dann nimmt man sowas wie Gunders. Freut man sich. Zwei Gunders. Äh. Ne, drei Gunders. Dann nehmen wir noch einen Avatar. Wo haben wir denn? Albrecht, Poison, Jarad, Sama. Ne, er hieß Altar. Schön, Altar. Läuft wieder bei mir, ne? Äh, da ist er. Genau. So, der geht in den zweiten. Der hat einen Vorteil, dass ich Charaktere opfen kann. Und, äh, kann dafür die Tokens runternehmen. Und dann kriegt ein Charakter, ähm, noch plus vier ATK. Und die Wunde kann nicht negiert werden. Und jetzt muss ich tatsächlich gerade schauen. Das ist ein Level-2 Northrock. Äh, Level-2 Northrock. Charakter. Äh, der sich spendet. Ich bin nicht sicher, es ist Urnac. Venom, 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 Tempelwarm. Avil, Siege. Nein. Cash ist es auch nicht. Nein. Es gibt noch einen, der sagt, wenn ich in den ersten Rang komme, kann ich direkt angreifen. Gehe ihn gerade nur nicht. Da, Kast ist es. Urnac war der, glaube ich, in Level-1, ne? So. So, Kast. Spend-Track. After target Northrock moves into your front rank, the target performs attack. Spending us normal. Das ist sozusagen Speed-Boost. Das heißt, das hier rein technisch callt sich Six-Men, weil ihr habt genau eure sechs Charaktere und die restlichen 44 Karten könnten jetzt rein technisch in pur Damage umgesetzt werden. Ne? Sowas wie Beer Soul. So, alles klar. Beer Soul, Performer-Millice-Strike, darf wieder reingemischt werden. Das heißt, die Action ist nie tot. Drei mal im Deck. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Äh, Oblid. Also Obliteration ist halt, sorry, das ist die Fighter-Zerstörungskarte. Spend-Order. Ihr targetet, also wenn euer Warlord im Frontrang ist, targett ihr zwei Nicht-Warlord-Charaktere innerhalb eines Rangs, macht einen Melee-Strike gegen jedes Target. Wenn dieses Target das überlebt, bewegt ihr sich einen Rang nach vorne und danach dürft ihr eure komplette Attack-Serie nochmal anmachen. Das heißt, mit Artek heißt das, ich schlage plus 14 und plus 14 auf Charaktere innerhalb zwei Ränge, notfalls auch in seinen zweiten und ziehe den nach vorne und danach schlage ich immer nochmal zu. Also Oblid ist halt, sorry, ist halt Pflicht. Ne? Bear Souls, Oblid. So, jetzt kommt sowas wie eine Giant-Strange-Potion zum Beispiel. Also wir spielen hier gerade das Format Ancient, wo nahezu alles erlaubt ist. Giant-Strange-Potion, ihr diskartet die, macht einen plus 10-Millistrike für eine Zusatzwunde. Dreimal drinne, braucht man nicht drüber halten, weißt du? Das sind so, ich gehe nach vorne, schlage dich und alles, was ich danach tue, ist, ich schlage dich, ich schlage dich, ich schlage dich, ich schlage dich. Flame-Blade, auch so eine Sache, die auf jeden Fall gespielt werden sollte. Attached hier, könnt ihr ein plus 5-Millistrike machen, mit denen ihr auch Planer ignorieren könnt. Auf jeden Fall. So, no Prisoner. No Prisoners. Auf jeden Fall. Auch eine Pflichtkarte, die sagt, wenn ihr den Charakter getötet habt, dürft ihr die beiden daneben auch noch angreifen, allerdings mit minus 3 ATK auf den Roll. Alter, ihr seid ATK. Ob ihr jetzt mit plus 14 angreift oder mit plus 11. Egal. Wisst ihr? So, wir bauen uns jetzt halt eine schöne Six-Man. Wobei, ich nicht ganz Six-Man, ich werde Nine-Man gehen. Das ist jetzt wirklich eine sehr simple Form. Was haben wir noch? Bloodthirsty ist auf jeden Fall auch noch eine Sache. Denn wir kommen ja nach vorne und haben Durst, Durst sei schon, wir kommen nach vorne und werden Gegner schlagen. Definitiv. Und Bloodthirsty heißt, nachdem ich einen Millistrike performt habe, der den Gegner tötet, mache ich es nochmal. Halt blutwurstig. So, und ihr seht schon hier, wie man hier sehen kann, Start and Play und das Start and Deck. Ihr seht schon 3, 6, 9, 12, 15, 18 und ist so nice und sagt mir das. Das heißt, Stand jetzt, die zusammen und die zusammen, muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe noch Items, die dazukommen. Also man könnte jetzt sagen, pass mal auf, wir nehmen das Item jetzt erstmal raus, damit ich hier so ein bisschen Übersicht habe, denn ich darf ja jetzt von meinen 44 Karten dürften jetzt, beziehungsweise von meinen 50 Karten, dürfen nur 25 entweder A-Items oder Actions sein, weil ihr diese 50%-Regeln nie überschreiten dürft. So, was haben wir denn noch? Bloodthirsty, No Prisoners, nehmen wir einfache Dinge. Massaker, auf jeden Fall auch so eine Karte, die man auf jeden Fall mitspielen sollte. Massaker ist halt auch ganz nice, nachdem ihr einen Charakter getötet habt, müssen die Charaktere, die daneben liegen, machen die C5 plus deine Primär-Artika. Ja, die C19 bei Artik, ne? Ja, nimmt man halt auch mit. So, oh ja, dann zerstöre ich halt einfach mal alles, was neben dir liegt oder nicht, ist es mir egal. So, Klassiker, Outmatched, brauchen wir auch nicht drüber reden. Outmatched. Nachdem ein gegnerischer Charakterer entweder im ersten Rang gespielt wird oder in den ersten Rang sich bewegt, Fallen zählt auch dazu, macht ihr einen Melee-Strike gegenüber das Target? Ja, natürlich. Ich möchte dir wehtun. Werd ich reintun. So, und ihr seht hier gerade, von der reinen Logik her, ist das so, ich gehe nach vorne und packe einfach nur multiple Destruction nicht rein. Es ist egal, dass ich nur drei HP und zwölf AC habe, wenn einfach jede Karte, die ich mache, dich daran hindert, überhaupt irgendetwas zu tun. Weißt du? So, ich liege vorne, habe ausgeschlagen und jede Handkarte, die ich auf meiner Hand habe, ist ein Strike. Du weißt genauso, okay, der hat fünf Handkarten. Entweder kommt jetzt ein React. Und das ist das Schlimme, so ein Artec, er geht nach vorne, schlägt mit plus 14 zu auf den ersten Gegner, spielt einen Massaker, die daneben machen einen Check. So, und das war der erste Strike. Die erste Rang ist gerade tot. So, dann fällt einer, dann macht er ein Outmatch drauf. So, dann fällt wieder einer, dann macht er im schlimmsten Fall einen zweiten Strike drauf. So, und dann liegt er jetzt. Der Warlord Stunt, erste Order. Du hast Artec, Artec ist ausgespendet. Ja, und jetzt sagst du, okay, ich lege mir jetzt eine Bear Soul an, äh, ich lege mir eine Bear Soul an, äh, ich lege mir eine Bear Soul an, spiele dir die jetzt ins Gesicht. Danach lege ich mir noch eine Giant Strange Profession an. Das ist halt einfach pur Druck. Aber mir geht es halt auch, wie gesagt, nur darum, dass man das mal sehen kann, vom Prinzip her, äh, wie man so ein Deck einfach aufbauen kann. Also, was, was geht noch? So, ich nehme jetzt nochmal Circle Kick rein. Ist halt auch nochmal ein zusätzlicher Schlag, wo man sagen kann, so, oh ja, nehme ich noch. Und ihr seht so, jetzt habe ich 24 von 8, äh, 24 Karten, so. Eins kann ich noch reintun. Och, wo ich sage, so, hm, was könnte ich denn noch dazu tun? Man muss aber nicht, ne? Man könnte jetzt auch sagen, ich nehme lieber 25 Items. Es gibt aber halt so, so viele Sachen, die man da spielen kann. Man muss halt nur wissen, was man möchte, ne? Man hat, wie gesagt, die Möglichkeit von Giant Strange Potion. Man kann auch sagen, so, ah ja, hm, ich möchte irgendwie noch eine Waffe, die irgendwas erzeugt. So, ähm, nehmen wir mal einfach eine Great Axe. Die kann er auch halt eine zweite Runde im ersten Rang anlegen. Plus zwei ATK, minus zwei IC. Dann hat er halt nur noch zehn, aber ist egal. Und zwar sagt die Waffe, ähm, hallo? Da, äh, wie ist es ja unter mir? Der Gegner macht eine Zusatzwunde. So, ja, die kommt dreimal rein. Die will ich auf der Starthand haben. Dann haut ATK nicht für eine Wunde, haut ATK für zwei Wunden. Ist halt auch nochmal ein Multiplayer, ne? Jetzt kann man sagen, so, hm, 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 hm. Ich brauche noch, ich hätte gerne ein bisschen Support. Oder ich möchte mehr Strikes. Da gibt es halt jetzt viele Möglichkeiten, die ihr spielen könnt. Ne? Wo man dann nachher sagt, so, ja, das ist doch eine Möglichkeit. Ne, also, das baut ihr so auf. Äh, ihr seht, ich hätte hier noch Platz. Ähm, was nehmen wir da noch für eine 1er-Action? Äh, brrrr. Haben wir denn noch Oblid? Nehmen wir jetzt ein. Hauptsache, wir kriegen es rein. Paying the price. Ist ja egal. Geh da jetzt einmal rein. Mir geht es nur darum, ich habe jetzt 25, ich habe jetzt 25 Actions. Alles, was jetzt noch rein kann, sind auf jeden Fall noch drei Charaktere. Äh, drei Charaktere sind noch 25 andere Karten. So, Temple of Lords, eine der wenigen Karten, die ihr spielen werdet. Die lautet nämlich, wenn sie gespielt wird, haben alle Charaktere einen Bonus auf ATK, AC und Skill in höheres Levels. Das heißt, ATK hat dann plus 19, plus 14, 17 AC und einen vierten Hitpoint. Weil er höher ist als Level noch was. So, das ist so, was man nachträglich spielt, weil da will der Gegner draufkloppen. Man kann, wenn man möchte, sowas wie Urk noch spielen. Ne? Urk zum Beispiel, spielte ihn neben ATK und dann, wenn ATK angegriffen wird, sagt er, ne, greift Urk an. Das könnte er einmal pro Runde machen. Das ist so, ich meine, es ist ein weiterer Melee Strike, zwar sehr niedrig, aber er gibt auch ein bisschen Schutz. So, jetzt sind wir schon nicht beim Nein, jetzt sind wir nicht mehr beim Six Men, jetzt sind wir beim Nein, beziehungsweise 12 Men. Jetzt muss man wissen, was man möchte, ne? Man schaut sich jetzt ein bisschen die Items an und sagt so, hm, was will ich, was will ich nicht, wohin möchte die Reise gehen? Und dann kann man so nach und nach nachschauen. Und das ist das Schöne hier an Accord-Lens. Ihr könnt ja hier die unterschiedlichsten Sachen suchen. Jetzt gehen wir mal halt, wie gesagt, auf Fighter, sagen wir mal, nehmen wir raus. Wir haben Fighter, Items, Ancient und sag mal, ich möchte das im ersten Rang anlegen können. Und das soll mir irgendwie einen Strike provozieren, Entschuldigung. Jetzt kann man hier mal hingehen und schauen so, hm, was soll mein Fighter denn anlegen? Und jetzt gehen wir das ganze Spiel hier mal durch und sagen so, joa, hab ich Fighter angeklickt? Ich glaube nicht. Ich hab nicht Black Steel Decker da eben gerade gesehen. Der ist nicht für Fighter. So, und dann kann man jetzt hier die verschiedenen Sachen raussuchen. Und da gibt es schon so ein, zwei, drei nette Dinge, die man sagen kann so, ja, das wär schon nice. Zum Beispiel könnte man sagen so, Fist of Core. Einmal pro Runde tue ich mit dem Melee Strike das Planart-Trade ignorieren. Das heißt, das sind die Trades, wo ihr gerade würfeln müsst. Wäre eine Möglichkeit. Trinkl-Schlitten für mehr ATK und AC zum Beispiel. Aber es ist halt kein direktes, kein direkter Powerangriff. Wisst ihr, das ist, das müsst ihr halt schauen. Ich finde, ich Items, mit denen ich sagen kann, sowas wie Ring of Piercing, den werde ich auf jeden Fall einmal drin spielen. Ist im Ancient auch, glaube ich, nur einmal erlaubt. Ist, ne, ist epic. Darf nur einmal gespielt werden, genau. Ähm, wenn du ihn anlegst, darfst du keine Charaktere mehr von deiner Hand spielen, aber du kannst alle Charaktere, die du hast, töten, um Melee Strike zu performen. Also, so, einer davon kann man ja mal spielen, ne? Ist ja epic. So ist das Coole. Man kann dann halt hier einfach so durchgehen. Oh, Shadow of Murder ist sogar Pflicht. Den werde ich sogar dreimal spielen, weil das jetzt einfach zu gut ist, um es nicht zu spielen. Shadow of Murder, den wollt ihr halt auch auf jeden Fall auf der Starthand haben. So, Shadow of Murder ist Level 6, könnt ihr den ersten anlegen. Wenn ihr das Ding anlegt, lautet das so, wenn die, also ihr sagt, eine Klasse, die reinkommt und jedes Mal, wenn diese Klasse reinkommt, durch einen Gegner, performt ihr Melee Strike mit Plus 3. Das ist egal, so. Du spielst einen Charakter, alles klar. Die Karte ist zwar tot, wenn ihr sie habt, aber ey, wow, ein Spiel mit Art Hake dauert meistens nie länger als zwei Runden. Die wollt ihr auf der Starthand haben. Was haben wir noch Schönes? Äh, es gibt so viele Möglichkeiten, was zu spielen, ey. Jetzt Level 6, weißt du? Wir können auch sagen 7, aber eigentlich möchten wir es ja ganz gerne direkt auf vorne anlegen können, ne? Wo man sagt so, oh, ja, verschiedene Sachen. Man könnte Brunters Helm nehmen für einen weiteren Hitpoint. Ähm, pfff, äh, was haben wir noch, wo es noch Möglichkeiten gibt? Redstone, Brunters Helme, Schutzmechanismen, Angriffssachen, ähm, man könnte ein Beld of Beer spielen, dass man das noch kann. Death Bar Game wäre so eine Rüstung, die man spielen kann für jeden getöteten Charakter. Da legt ihr einen Token drauf und ihr kriegt eine Verteidigung mehr. Dadurch kann Artic halt auch mehr Verteidigung bekommen und steht sicherer. Ähm, Helm of Terror wäre auch eine Möglichkeit, dass jeder DC 13 machen muss, der euch angreift. Oder der Fehler, oder das ist ein Critical Failure. Nur so, so Sachen, die man machen kann. Hier zum Beispiel Shadowhide Armor habe ich gerne gespielt. Äh, bevor der Charakter eine Wunde soffert, spende ich die und reduce die Wunde um eins. So, ja, kann man, kann man reinnehmen, weißt du? Das ist so ein bisschen euer Gefühl, was ihr dann nachher bekommt. Aber mir geht es um die Thematik, dass ihr das versteht, ne? So, was, was, was nehme ich denn hier? Ne, wohin möchte die Reise gehen? Und wie gesagt, nein, ich will nicht auf zwei. Ich muss hier hinklicken. Genau, und da habt ihr jetzt ja, wie ihr seht, hier, äh, die verschiedensten... Die verschiedensten Karten, auf die ihr immer achten müsst. Standardtechnisch baut man ein Deck um die Charaktere. Gerade weil man, ähm, ja auch mit den Charakteren spielt und die braucht. Aber, ihr könnt auch genauso, ähm, ein Army-Deck bauen. Wo man sagt so, okay, das besteht halt aus Charakteren und dann sucht man sich noch unterschiedliche Sachen raus. Wie funktionieren Army-Decks? Relativ simpel. Man baut sich einen, äh, ich muss das Deck gerade löschen, wo Atec drin war. Ähm, ist das Atec-Deck? Ja, ist das Test-Deck. Alles klar, das löschen wir jetzt. Ähm, machen wir noch ein neues Test-Deck. Schwupp. So, dann gehe ich wieder hier rauf. Ja, nervt mich nicht. Nein. Ja, nein. Jetzt habe ich es richtig, sehr schön. Ihr seht, ich bin bestens vorbereitet. Ähm, nehmen wir mal einen typischen Army-Warlord. Wo nehmen wir denn Utanark? Ich mag die Nothroks so gerne, ne? Ich könnte auch einen Deveranian nehmen. Ich glaube, wir gehen mal auf einen Dev. Äh, auf einen Deveranian. Deveranian sind sowas wie böse Menschen. Aber im nächsten Warlord-Video, ich weiß noch gar nicht. Ich muss mal schauen. Entweder werde ich im nächsten Warlord-Video die ganzen Sub-Trades erklären. Also Sub-Klassen und Feats. Damit man das mal weiß. So, was ist ein Paladin? Was ist Power-Attack? Oder ich gehe mal ein bisschen auf die Fraktionen ein. Aber ich glaube, ich werde erst die Sub-Klasses und Trade machen, damit ihr das besser versteht. Und dann kann man immer noch so ein bisschen auf Lore-Talk gehen. So, was sind die Free Kingdom? Was sind die Deveranian? Was sind die Nothroks? Weil dieses Spiel hat halt auch sehr, sehr viel Hintergrund-Story. Was tatsächlich sehr viel Reiz ausmacht. Ich mag das nämlich. Denn hier ist vieles anders, als man es eigentlich gewohnt ist. Die Ogre bzw. Nothroks sind nicht dumm. Die sind sogar relativ smart. Sind die stärksten Kriegskünstler. Die Elfen sind hier böse und nicht gut. Und sterben sehr schnell. Tatsächlich. Also, es sind halt sehr witzige Sachen mit dabei. Da muss ich den Wardour noch mit anwählen. Guck mal, wenn ich hier zähle und daneben klicke. Mach ich das schon mal ganz richtig. So, wen nehmen wir denn da? Guck mal, nach Keaton. Welchen Kavallerie-Warlott? Komm, wir nehmen Sir Iron Deschamps. Der ist super simpel eigentlich. Sir Iron Deschamps. Er ist ein Deveranian Fighter. Ein Deveranian Fighter Warlord. In dem Fall Evil. Er ist Paladin. Ein böser Paladin. Er hat plus sieben, plus vier Angriffs. 16 AC, sieben Skill, drei Hitpoints. Die Werte sind vollkommen normal. Allerdings hat er eine Fähigkeit. Und die lautet, alle deine Paladine haben Riding plus fünf. Und alle deine Stormrace haben Repos plus fünf. Kurze Einführung, was Riding bedeutet. Riding bedeutet, wenn ihr ein Stil habt, was ein Item ist, womit ihr euch fortbewegen könnt, müsst ihr es spenden, um nach vorne zu gehen. Mit Riding könnt ihr das Tid wieder ready machen. Repos bedeutet, nachdem ein Charakter angegriffen wurde, hat er die Chance, nochmal zurückzuschlagen. So wie man das halt sagt. Wir fangen mal an mit The Shorekeeper. Das ist meine Starting. Dann nehmen wir Justiniens. Justiniens. Da sind sie, die kleinen dreckigen Säcke. So, dann nehmen wir Drax. Wir suchen jetzt eigentlich, Corn Drag ist zwar kein Paladin, aber es ist halt Corn Drag. Es ist egal. Die nimmt man halt dreimal einmal mit, weil sie einfach zu gut ist. Corn Drag. So, jetzt gehen wir mal gerade durch. Jetzt suchen wir uns mal alles raus, was Diveranien sind. Was Charaktere sind. Level vier oder höher. Wir schließen Warlords aus. Und wir sagen, wir sollen das Trade Paladin haben. Das ist das Schöne hier im Tool. Darum möchte ich das Tool auch nochmal spezifisch hier mit einbinden, weil das in der Hinsicht nämlich richtig nice ist zu suchen. So, jetzt sehen wir hier all unsere Paladine. Also, Count Verhuslav hat schon Printed Riding. Das heißt, der hat Riding plus 10. Hat er Weapon oder Steed Equipped. Oh, Weapon End ist Steed Equipped. Der kriegt plus 1 HP. Okay. So, jetzt sind wir mal ganz kackendreist und wir sagen, die sollen mindestens schon Printed 3 Hit Points haben. So, da gibt es schon mal eine ganze Reihe. So, was haben wir hier? Alles Level 5 war. Hier, Raiment. Raiment, du hast schon mal gewonnen. 15 AC, 3 Hit Points. Hat sogar noch Printed Riding. Spent and Equipped Steed. Kriegt da sogar noch einen Bonus bis Ende der Runde. Gratulation, mein Freund. Du hast dich gerade sowas von qualifiziert. So, zack. Kommt wieder ein. Der nächste Charakter. Was haben wir noch? Nach Raiment. Sir Francis. Wenn er reinkommt, hat er die Möglichkeit, einen Steed per Hand nochmal ready zu machen. Der ist schon nice. Nachträglich bekommt er noch einen ATK-Bonus in der Höhe seines höchsten Steeds. Ja, den kann man spielen. Auch dreimal. Ist egal. Zack. Kommt er auch erst nochmal mit rein. So. Jetzt sind wir so die drei Hit Points Dudes ein bisschen durchgegangen. Sable Knight ist halt epic. Der wird aber auf jeden Fall einmal reinkommen. Ne? Ist halt ein Hero. Aber, naja, man sieht es halt epic. Er kommt auf jeden Fall einmal rein. Wäre jetzt dumm, wenn ich ihn nicht spielen würde. So, Sable Knight. So, und jetzt haben wir schon mal 10, 16 Charaktere. Die zählen halt mit dazu. Wir versuchen auf die 25 zu kommen. Jetzt sind wir die Paladine mit drei Hit Points ein bisschen durch. Jetzt gehen wir die zweiermal durch. Der Duke geht auf jeden Fall, weil Duke kann nicht angegriffen werden von Charakteren, die sechs oder weniger, also die weniger als sechs ATK haben, Angriff. Jeder Weenie scheitert am Duke. Daher werden wir den Duke auf jeden Fall dreimal spielen. Was haben wir noch schönes an Paladin? Theodor Deschamps werden wir auch dreimal spielen. Der hat zwar nur zwei Hit Points, hat aber eine schöne Funktion, die lautet Daybreak. Nachdem er reinkommt, kriegt er permanent drei ATK und sucht dir dein Deck für ein Level 5 oder Lower Steed und du nimmst ihn in die Hand. Das heißt, er kommt rein und er sucht euch direkt einen Steed. So, yay, nice. Ich bin Paladin, hab sowieso schon Riding plus drei und kriege durch meinen Warlord auch nochmal. Das heißt, ich hab Riding plus acht auf fünf Skill, ist 13 und ich muss eine sieben oder höher würfeln, um mein Steed wieder ready zu machen. So, yo, nice. So, 16. Guck mal, jetzt dürfen wir noch drei Stück reintun und dann sind wir schon eigentlich voll. Jetzt kann man noch überlegen, was man noch ein bisschen haben will, will man noch ein bisschen Support oder sagt man so, ah, fuck, den geb ich so hart. once per turn das Cut to Cut on any character kriegt drei ATK AC. Nee. Warlock get an Attility Roll. Kann man mal schauen, gibt es noch irgendwie Level 3 Paladine. Da sag ich jetzt gleich Equal mit zwei Hitpoints, die noch eine gewisse Relevanz haben. Interplay, für meinen Paladin, der Trunk, 2 ATK, und Riding play. Ja. Nehmen wir einen Knight of Phallum ist schon nicht schlecht. Okay, noch ein HP, kann man technisch mitnehmen. Man kann auch Support-Charaktere nehmen. Wir wollen es jetzt auch mal nicht zu kompliziert haben. Wir nehmen einfach jetzt den Knight of Phallum einfach mal mit, ne, weil der ist auch nicht Unique, den nehmen wir einfach mal. Der ist übrigens Duel-Klasse tatsächlich, wie ihr sehen könnt. Devirandion und Elf. Der kann von Elfen wie Devirandions gespielt werden. Ist sehr selten, aber gibt es. Ich finde es eigentlich eine coole Sache, dass man solche Charaktere eingebaut hat, damit man ein bisschen mehr auch Charakteren und Pool hat zum Zugreifen. So, jetzt habe ich hier sechs Charaktere und 19 Zusatz, sind 25. So, und jetzt lautet das Thema lustig Steedsuchen. So, das heißt, wir nehmen jetzt hier den ganzen Kram raus, den wir haben. Ähm... Warlord raus, Charakter raus, weil wir brauchen jetzt Items. Wir haben, wir haben Fighter-Items, wir brauchen auf jeden Fall Steeds. Ich sag mal, bei so einer Army sollten es schon Zehne sein. Ja, doch. Zehn Steeds mit sogar Suchen, drei Stücke sind ein paar mehr. Devirandion Steeds gibt es nicht, aber Item-Fighter-Steeds. Äh, wir machen erstmal Level 5 Steeds, weil unser guter, äh, Theodor Deschamps Level 5 oder niedriger Steeds suchen kann. Das heißt, wir schauen uns jetzt erstmal um, was sind Level 5 Steeds. Ähm, Nock Krüger ist leider Unique. Ist auch Level 6 sehe ich gerade. Warum taucht er denn hier auf? Level 5? Hm, egal. Äh, habe ich auch. Weiß nicht, warum Level 6 das Steeds auftaucht. Das ist mir gerade ein, hm, Rätsel. Okay, nehmen wir einfach den Griffin. Drei Griffin gehen auf jeden Fall rein, weil die kann er sich raussuchen. Griffin, zwei Angriff, spendet das Griffin, wenn er nach vorne geht. Ihr könnt spenden, um nach vorne zu gehen, kann aber auch einfach, wenn einer fällt, könnt ihr das Griffin spenden, damit euer Charakter sich nicht spenden muss. Ähm, ist sozusagen Pflicht, ist Gesetz. Griffin, brauchen wir nicht drüber diskutieren. So, Griffin auf Misea, das packe ich mir hier unten extra rein, die werden nachher alle hier reinziehen, aber damit ich hier die Übersicht habe, äh, behalte ich das. So, drei Griffin. Dann brauche ich auf jeden Fall Level 6 Steeds, schauen wir mal gerade. Ähm, Klingel Schlütten kommt auf jeden Fall. Unique, packe ich einmal rein. Unique heißt einmal, das ist ja Engine, ne, da kann man das ja einfach mal benutzen. Chariot ist in dem Sinne das bessere Griffin, nur ein Level höher, macht dasselbe, gibt nur plus zwei, plus eins. Da nehmen wir auch mal Reihe von mit. So, drei, sechs, sieben, dann suche ich mir noch eins raus. Und naja, ähm, da gibt es eigentlich fast nur eins, das ist das Vendetta Mount. Ähm, This Fighter Games plus Riding plus fünf, wenn ein Paladin ist, ihr könnt es nur spenden, um nach vorne zu gehen und ihr könnt es notfalls auch spenden, um zu schießen. Ist eigentlich relativ Pflicht für jeden Paladin. Geht hier auch, auch rein. So, jetzt haben wir hier unsere zehn Karten Movement. Jetzt sehen wir zu, dass wir ein bisschen Action kriegen, ähm, damit wir also nicht nur Movement für die Paladine haben, sondern auch ein bisschen was spielen können. In dem Fall suchen wir jetzt Actions für Fighter, erst mal Level 5 und erst mal will ich wissen, gibt es, gibt es was für Paladine? Also, darum gebe ich hier einen Parler mit dem Text, Action, Level 5, ja, Fighter hätte man jetzt noch haben müssen, da finden wir auch die drei. So, Attachedes Card, weil diese Card attached ist, wird er ein Paladin, also der durchsucht hier einen Text. Möchten wir nicht. Paladine spielen das als Level 3 Action, äh, this character may enter play in any legal rank of your army greater than the rank he should normally enter. Ja, das brauchen wir auch nicht und Ensign brauchen wir auch nicht. Okay, after attack performance is the script you may ready instead. Ne, das möchte ich nicht. Okay, also nehme ich das aus dem Text raus und gebe die Trades, muss man manchmal schauen, manchmal hat man nämlich einige Sachen, wo entweder Odors dabei sind, die nicht direkt an Paladin gebunden sind, sondern mehr so erwähnt werden. Wenn ihr jetzt seht, hier so, ich gebe jetzt hier zum Beispiel nur Paladin ein, Trades, Paladin, Hallo, Ancient, will kein Level, okay, dann suchen wir halt so raus. Okay, Call Vendetta, auf jeden Fall, Paladine perform diese Action ohne zu spenden, Spend Order, also Paladine machen es ohne zu spenden, durchsuche dein Deck für ein Steed und equip es. So, Gratulation, wir haben 10 Steeds, wenn ich das ziehe, suche ich mir einfach für jeden Paladin ein Steed raus. So, Gratulation, das sind meine Actions, Call Vendetta, relativ Pflicht. So, dann sind die erstmal hier schön equipped. Es gibt auch andere Steeds, die vielleicht noch geeigneter sind für Paladine, aber es geht jetzt für die Profis, die das hier schauen, nicht darum, dass ich jetzt etwas raussuche, was das bestmöglich ist, sondern ich versuche ein Deck zu bauen, womit die Leute einfach schnell zurechtkommen und verstehen, wie so ein Deckbuilding überhaupt funktioniert. So, was haben wir denn noch? Paladin, ähm, nein, ähm, Nein, Virgil, nein, Paladin, only search your deck for weapons, that the penalty equip the weapon, shore up, nein, nein, äh, nein, hat hier die Unterturner, 2 ATK, Level 3, hm, Leadership könnte man technisch spielen, Evil Touch, attach this card character once per turn card, PC 13, nein, oh, hier, guck mal, Face and Steel, choose Armor, Helm oder Shield oder Weapon, reveal the top 10 if this fighter is the Paladin cards of your deck, this fight might equate item with the opposing trade, if possible, shove your deck, Face and Steel, auf jeden Fall für den Paladin auch schon wieder eine nette Sache, denn ich habe eine Suchfunktion da drin, ne, ich kann mir also die top 10 Karten aufdecken und darf mir choose, also ich stehe da, ich sage entweder Armor, Helm, Shield oder Weapon und sage dann so, ja, äh, wenn diese Karte dabei ist, darf dieser Fighter sie einfach anlegen, so, und jetzt sage ich, okay, hm, was nehme ich, es gibt tatsächlich Steeds, wenn man möchte, die noch das Trade Top Armor haben, ne, könnte man suchen, man könnte jetzt aber auch einfach sagen Weapon und dann schauen wir mal, was wir denn so schönes, gehen wir mal hier rüber, äh, an Fighter Weapon haben, die man mal so equippen kann für seine kleinen, niedlichen Charaktere, ich würde schon sagen, da gehen wir mal, weil es Level 4 sind, gehen wir mal ruhig in dem Fighter Level 8 Bereich, ne, wo man sagt, so, das darf gerne mal wehtun, dann suchen wir uns mit ein paar schicke Weapon aus, die man mal item, und dann geben wir das Trade Weapon noch ein, äh, Blackware Snap, Dragon's Buckler ist eine sehr gute Wahl, ähm, boah, ich würde echt Dragon's Buckler nehmen, ne, nochmal ATK, AC und die Multiple Wounding mit Item Destruction, ist schon nice, Entschuldigung, Möglichkeiten wären auf jeden Fall auch Acts of Tergoth, die kann man auf jeden Fall gerne mal spielen, ähm, hier, das ist eine Royal Charity, das ist ein Weapon und ein Steed, ist auch ganz nett, äh, boah, das würde ich sogar kackendreist mitspielen, ne, Royal Weapon und Steed ist schon nice und ich kann es damit raussuchen, Royal Charity, was geht denn da für Flöten, ich glaube, Griffin ist halt Level 5, den kann ich halt suchen, ne, ich glaube, ich mache einfach zwei Royal Charity, ich gehe auf einen Griffin runter und ich nehme einen runter, so habe ich jetzt zwei, 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 vier, sechs, acht, elf, Bittermon ist einfach zu gut, ne, für elf, hm, ich lasse drei Griffin, dann machen wir es so, Hauptsache 10 Steeds, Call Vendetta, Royal Charity haben wir, ähm, Search a Deck for Steeds, Call Vendetta hatten wir eben genommen, so war das dann eben gerade, was wir machen wollten, äh, ihr seht, ich bin, ich habe mich zwar etwas drauf vorbereitet, was wir hier bauen, aber so ein Deckbau mal gerade auf die Schnelle habe ich mir, genau, Face and Steel war das, habe ich mir dann doch gerade etwas schneller vorgestellt, darum sind wir hier schon gleich bei 40 Minuten, aber das kriegen wir hier hinten, äh, wir haben 10 Steeds, jetzt haben wir 16, hier sind 19, das heißt, hier haben wir 16, wir brauchen noch 4 neuen Karten, Face and Steel, wir brauchen eine Weapon, die wir hier gerade am Schauen waren, äh, wir werden auf jeden Fall, Dragon Buckler, Dragon Buckler, ja doch, wir wollen unseren Chef ja auch was geben, Dragon Buckler, da gehen auf jeden Fall drei Dragon Buckler rein, so, da haben wir 13, das sind die Steeds, pack da mal, die Steeds sind ja durch, so, jetzt habe ich hier 13, drei Dragon Buckler und ich glaube, ich möchte trotzdem noch eine weitere Waffe haben, ähm, es gibt noch eine Halladin Waffe, ich bin gerade nicht sicher, ich glaube, dieses Level 6, wo haben wir so, wo haben wir so, wo haben wir so, ich komme auf den Namen nicht, das Bild kenne ich dafür auswendig, da, Sword of the Storm, an und für sich auch nice, if you win initiative, das Fighter ist additional melee strike, plus 4, wenn du attackst, wenn der Charakter Boaladin ist, kriegt er nochmal plus 3, das kann man mal mitnehmen, gerade dadurch, dass wir ja Dings noch spielen, ist das schon nice, das sind 6 Waffen, so, 16 und 6 sind 22, jetzt haben wir noch Actions für 3 Stück, jetzt könnte man sicherheitshalber halt noch eine Armor spielen, also man könnte jetzt irgendwie noch eine Action raussuchen, für irgendwas Badassiges, man kann vielleicht ein bisschen Movement noch nehmen, ich hätte jetzt glaube ich irgendwie mir noch was gesucht an Items, so Armor oder so, irgendwas, was noch, was man noch schön mitziehen kann, falls der Warlord selber mal nach vorne gehen muss, weil du einfach nur Draw für dich hattest, das passiert, äh, Item, ich wollte gerade sagen, ist nicht alles richtig dran, so, Dragmail, schreit förmlich danach, du zählst zwar zu 2 Charaktere, aber, huu, dafür hat der Charakter halt auch nochmal 2 Hitpoints mehr, ne, ansonsten, Polish Blade, muss ich auch immer wieder lachen, ähm, wenn wir uns weitergehen, ist das natürlich auch eine Armor, ne, hmm, Equip to Steeds, auch gar nicht so schlecht, da werde ich die Steeds wieder los, ne, falls ich dann mehr Steeds habe, kann der einfach 2 Steeds tragen, ne, das ist auch nicht so schlecht, aber ich glaube, ich nehme einfach die Hitpoints, sorry, Dragmail schreit mich einfach zu an, ich mag gerne so Paladine mit 5 Hitpoints, weißt du, das ist schon, schon, ist schon einfach sexy, ich meine, 2 Hitpoints mehr, und dann steht da so ein Duke mit 4, oder so ein Rainmode mit 5 AC, äh, mit 15 AC, beziehungsweise Dragmail gibt ihm ja auch nochmal, äh, nichts, aber ist ja egal, 15 AC, 5 Hitpoints, bach, hast du einfach keinen Bock drauf, rumzuhämmern, weißt du, so, und das ist es jetzt schon tatsächlich schon, so, das sind die Actions, die da reinkommen, zack, haben wir ein Cavalry Deck, 25 Action Items, 19 Charaktere, plus die 6 sind 25, das wird jetzt zusammengelegt, und zack, haben wir so wie eben wir bei Artec, ein, sozusagen 6 oder 12 Men, oder 9 Men, wie man auch immer das spielen möchte, haben wir das erstellt, und hier haben wir jetzt ein schnelles, ja, das ist ein super simples Cavalry Deck, das ist einfach nur, einfach gerade schnell auf Zuwurf zusammengebaut, das geht noch bei Weitem besser, aber mir geht es darum, dass ihr das versteht, wie ihr die Regel beachten müsst, so, wie, wie ist man ein Deck gebaut, es kann über 50 Karten gehen, denkt bitte dran, es darf nie über 50% gehen, einer der 4 Karten, die ich euch am Anfang gezeigt habe, und zwar, ähm, hier oben, Actions, Items, Charaktere, Dungeon, keiner von denen darf 50% überschreiten, das ist das Wichtigste, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, wenn ihr Fragen habt, Leute, joint gerne das Discord, fragt die anderen Leute, wir haben da einen eigenen deutschen Bereich, ihr seid herzlich gerne eingeschrieben, eingeladen, haut mich an, wenn ihr wollt, ich würde mich freuen, vielleicht sehen wir uns ja demnächst mal bei einer Runde Warlord, aber erst gleich, ciao.